Hi, ich bin Dan und wir sind in der MSI Notebook Factory, dem Ort an dem Gamer Träume Wahrheit werden. Warum bin ich so selbstsicher, wenn ich das sage? Ganz einfach, wir stellen unsere Geräte alle in einem Rutsch her. Michelle, wie viele Geräte am Tag produzieren wir? Wir stellen hier 500 bis 800 Stück am Tag her, je nach Modell. Und das ist erst der Anfang einer langen Reise. Mit dem bloßen Zusammenbau ist es natürlich noch nicht getan. Unsere Schätzchen werden hier auch noch auf Herz und Nieren getestet. So zum Beispiel unser GS65 Style Thin, das ihr in diesem Video sehen könnt. Ausgestattet mit dem brandneuen i7 der achten Generation, Mystic Light Features und vielen kleinen weiteren Gadgets, werden unsere Neugeborenen hier wirklich, wirklich gründlich untersucht. Michelle, was genau wird hier angestellt? Wir testen hier die Grundfunktionen unserer Notebooks, wie zum Beispiel das An- und Ausschalten, das BIOS oder halt auch die Lautstärke. Sehr cool, aber jetzt kommen wir erst zum wirklich spannenden Teil. Wir sind hier beim Burn-In Test, dem Ort in der Factory, an dem noch Fehler passieren können. Tun sie aber nicht. Alle unsere Einzelkomponenten werden noch mal genau geprüft und auf Stress getestet. Ganz genau und hier werden auch unsere Notebooks noch einmal auf die Probe gestellt. Beim Full-Markt-Test lassen wir mehrere 4K-Videos gleichzeitig laufen und man kann nebenher auch noch spielen. Und das Beste daran, die Notebooks bleiben definitiv kühl. Cool. Wir sind hier beim End-Test, aber tatsächlich sind unsere Produkte so gut, dass wir nicht mehr viel testen müssen. Am Ende bleibt sogar noch Zeit für eine Taste T. Das ist so nun auch nicht ganz richtig. Wir testen hier ganz viele Alltagsszenarien durch, wie zum Beispiel ob die USB-Ports alle funktionieren oder ob das Audiosignal an den Audiobuchsen ankommt und viele, viele Kleinigkeiten mehr. Ich nehme eine Tasse Kaffee. Alle unsere Geräte durchlaufen am Ende sogar noch eine Qualitätssicherung und das ist eine ziemlich lange Liste. Bei dieser Qualitätskontrolle wird wirklich auf jedes kleinste Detail geachtet. Angefangen von der Sprache des Betriebssystems über das Display bis hin zum Keyboard und dessen Sprache. Super. Natürlich werden unsere Notebooks auch auf ihre Zuverlässigkeit getestet. Dafür haben wir uns jede Menge kleine Tests einfallen lassen, um die Schätzchen mal so richtig durchzuschütteln. Wie zum Beispiel beim Schütteltest, der Drucktest, der Falltest, Tastaturtests unter realen Bedingungen und zu guter Letzt der Verwindungstest. Hier in der Packstation kommt man sich tatsächlich ein bisschen vor wie der Weihnachtsmann. Das liegt ganz einfach daran, dass jedes Zubehörteil und jedes Accessoire seinen Weg in die Umverpackung findet. Wie hast du das denn jetzt gemacht? Magie. Bevor eure Notebooks zu euch auf den Weg gehen, steht noch ein letzter Test an. Der Transporttest. Um die Sicherheit beim Transport zu garantieren, machen wir jetzt einen Roadtrip. 400 Kilometer. Dem sichergestellt wurde, dass alles sicher verladen ist, gehen sie jetzt endlich auf die Reise zu euch. Wir sind jetzt auch schon am Ende unserer Fabriktour angelangt, dem Lagerhaus. Es gibt eigentlich noch viel mehr zu zeigen, aber das sparen wir uns für das nächste Mal. Von hier aus geht dieses Notebook jetzt auf die Reise. Ich hoffe, es hat euch hier gefallen und ihr könnt euch jetzt einfach mal ansehen, wie es hier so zugeht. Bis zum nächsten Mal.